hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge scrap mechanic mit dem ismo hallo 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 ist das jugendfrei wenn man jemand anderen mit einem vorschlaghammer ins gesicht haut ja würde man jetzt hier also wäre das eine simulation wäre das jetzt unschön blatt gore and violence hätte ich so ein paar blaue flecke bestimmt du hättest kein kopf naja egal auf jeden fall die ja wir sind mit friedhof der kuscheltiere unsere hochgebockten lkws ohne reifen auch ein schönes bild muss man mal gesehen haben aber in dieser folge haben wir großes naja kleines vor es gilt nämlich es geht nämlich darum einen weiteren zuschauer wunsch zu erfüllen nämlich ein gefährt das acht blocks lang ist einen fahrer führer stand beziehungsweise ein ja sattelfahrersatz hat der auf dem kopf steht und ja mit elektromotoren betrieben ganz genau breite und höhe ist egal nur die länge ist richtig acht stück richtig acht stück lang ich mach maximal maximal acht stück wir bauen das mal eben hin ja geht los in sofort so eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht so wenig eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht das ist sehr wenig das reicht theoretisch aber für nachsachschneid für den führer aus am kopf ja keine frage wenn die breite auch egal ist nur die länger ausschlaggebend dann reicht das schon früher aus am kopf wieso nicht kann man ja mal machen muss man aber nicht aber kann man ja dann machen wir dazu ja ich meine bei mir wird das wieder ganz klar eine ganz schnelle kiste sein hier aber bau diesmal was was fahrstabil ist ja ich habe es extra breit gemacht vier fünf sechs sieben acht aber nicht zu breit sonst hast du so ein ding wie ich mit meiner schublade dann gibt es nur nach vorne und nach hinten dann mache ich ein quadrat ich mache acht mal acht acht mal acht ja okay dann darfst du es aber auch nicht zu schnell machen sonst hast du so wie mit einem würfel der einfach nur straight nach oben fliegt ja ich befürchte fast der normale fahrersitz ist der wie breit ist der drei drei vier drei vier lang auch vier und der mopedsitz war drei richtig ja der ist kleiner drei okay cool dann achste den nimmst du ja dann dann nimm ich den war ab in warenkorb ab in warenkorb gefällt mir so i like und es muss kopf elektromotoren betrieben sein das ist natürlich auch das sieht lustig aus was na gut du wirst es sehen eine gute idee hör mal sag mal wie du dir denken kannst baue ich natürlich wieder was extravagantes natürlich was auch sonst natürlich nichts anderes erwartet ja denke ich mir aber wir haben ein bisschen zeit ein pöschchen so nein jetzt stehe ich in meinem ungefähr drin so zack da kommt der fahrersitz drauf richtig rum natürlich so genau genau und es soll elektromotor betrieben sein ok 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 das und brauchen das und brauchen was mache ich denn da mal komm machen wir auch eine einfache federung diesmal eine einfache machst du es denn aus holz ne betal ja oh machen wir eine einfache naja gut für meine verhältnisse eine nicht einfache federung also nein ist auch ja ähm einfache federungen sind was für loser ja für lucha für lucha ok Elena so zack 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 die böne breite ist egal sagt er ne ja breite ist egal Kann das dann klappen? Ich probiere es erstmal. So, äh, brauchen wir das Binding-Tool. Äh, so, zack, Binding-Tool macht den und den. Flop, aber dann natürlich in die gleiche Richtung. Dann brauchen wir noch einen Knopf. Und zwar da wird verbunden damit. Zack, und das Ganze funktioniert dann so und so. Zack, wunderbar. Okay, dann brauchen wir... Wunderbar richtig. Brauchen wir das Ganze mittig. Und jetzt kommt das Fahrwerk. So, da das ja nicht länger sein darf, dann machen wir Trick mit Pfiff. Denn, ähm, eine bekannte und bereits beliebte Technik von mir ist ja... Fahrwerke mit Know-how. Mit Knopfhoff, wenn ich bitten darf. Mit Knopfhoff, genau. Breite ist egal, dann mit Knopfhoff. So, äh, genau. Da kommt dann das dran und das dran. Und das dran und das dran. So, breit genug ist das Ding, nur Länge fehlt. Und deswegen... Das sieht so dumm aus. Äh, dann nehmen wir dann... So, ich brauch's das. Ach, es passt. Das will ich so haben. So. Äh. Ah, hier kam eine gute Idee. Zack. Okay, ich hab mal eine gute Idee. Du hast eine gute Idee. Eine gute Idee. Jetzt, mach nix, also... Echt jetzt? Ja. Scheiß die Wand an. Das wär eklig. Äh, ja. Und ich hoffe, sie funktioniert. Ich hoffe auch. Ach. Nein. So. Und es wird schön bescheuert aussehen. Du wirst dich wieder schief lachen. Es soll nicht bescheuert aussehen, es soll fahren. Das wird es. Und es soll gut fahren und schnell fahren. Bescheuert aussehen tut unsere Dinger von alleine. Mit so einer idiotischen, äh, Vorgabe hier. Zack. So. Also, was heißt idiotisch? So eine, ähm, wahnwitzige Vorgabe. Dann hab ich eine... Ach, Mist, jetzt muss ich wieder von vorne fahren. Elektromotor. Ach, nein, muss ich ja gar nicht. Ich kann's ja verbinden. Ha, wie cool. Elektromotor. Nein! Es geht durch... Ja, bitte. Okay, schon gut. Ich muss es doch nochmal neu bauen. Also jetzt nicht das ganze Auto. Keine Sorge. Probieren, obwohl das geht schief. Ne, das geht nicht. Ähm, das geht nicht. Müssen wir große Räder nehmen? Ja, wir müssen große Räder nehmen. Das sieht ja mal geil aus. Große Räder sieht geil aus. Du hast auch große Räder, sowieso. Ja, ja. Ich auch. Große Räder sieht richtig geil aus. Ja, total irre. Und, ja. Es ist broink. Ich stelle ja viel zu... Oh Gott. Okay. Wie geil. Wie geil. Äh, Entschuldigung. Ich bin gespannt. Ah, wie bescheuert. Aber lustig. So. Ähm. Lustig ist immer gut. Ja, schön. So. Äh. Nein, das geht so nicht. Doch. Nein. Ja. Nein. Ähm. Hm. Und so. Zack. Verbunden. Eins damit. Und. Puh. Ja. Zwei. Mein Auto kann springen. Au. Das ist meistens schlecht. Würde ich ja gerne mitlachen. Ah, wie schön. Guck dir das Video an. Ja, mach ich. Sehr, sehr, sehr geil. Das ist mal total irre jetzt. Okay. Ähm. Ich baue es lieber wieder auf das Podest. So. Äh. Lenkrad. Lenkrad braucht einmal. Einmal die Scheibe links. Einmal die Scheibe rechts. Und das Ganze dann einmal gedreht. Damit sich das auch richtig rumlenkt. So. Äh. Das kann so bleiben. Jetzt ist die Frage. Wo geht es hin? Das geht nach da. Wo geht es hin? Na, am besten nach vorne. Ja. Fahrtechnisch schon. Aber. Äh. Das andere nicht. So. Dann haben wir. Ach so. Probieren wir es mal. Probieren wir es mal. Mit Gemütlichkeit? Auch. 60. Mit 60 Grad. Nein? So bescheuert, oder? Das ist richtig bescheuert. Mit 60 Grad. So. Okay. Drücken wir mal den Knopf. Das sieht schon mal gar nicht so schlecht aus. Dann drücken wir mal hier den Knopf. Ob das reicht? Das ist richtig. Hallo. Was war das? Oh. Das reicht nicht. Nein. Das reicht nicht. Ah. Das reicht nicht. Ich muss es noch breiter bauen. Verdammt. Ich muss es noch breiter bauen. Es ist total doof. Hm. Oh. Das ist mal geil. Oh. Hab ich ne gar keine Idee. Haha. Was jetzt? Das wirst du sehen. Guck dir das Video nachher an. Ha. Das gibt es nicht. Leute. Hallo. Ey. Was soll denn das hier? Der dreht mir die Karte einfach um. Ob es hackt. Nein. Der dreht sich schon wieder um. Die aufgebockt haben. So wie es gerade eben war. Dankeschön. Sonst komme ich durcheinander. Will ich nicht. Dann brauche ich das nicht. Das ist doch schön. So. Wocke. Ja. Darf ich dich fragen. Wie viele Motoren du dran machen wirst? Äh. Zwei. Na gut. Ich mache natürlich vier. Auf voller Pulle. Na natürlich. Aber nichts anderes erwartet. Hahaha. Wobei ich weiß nicht. Ich nehme glaube ich auch erstmal nur zwei. Nein. Jetzt habe ich meinen Fahrersitz abgebaut. Haha. Das ist nicht lustig. Dann machen wir das doch. Ja. Okay. So rum. So rum. Wenn das egal ist. Dann machen wir. Fahrersitz in die Leiste wieder ziehen. Für den tiefen Schwerpunkt. Genau. Machen wir was für den tiefen Schwerpunkt. Nein. Doch. Es ist immer so Spaß, das zu sagen. Oh. Ja. Ähm. Okay. Dann machen wir was für den tiefen Schwerpunkt. So. Machst du denn dein Auto auch hübsch? Erstmal mach ich es funktional. Beziehungsweise mein Auto ist so technisch, dass das hübsch schon gar nicht mehr geht. Oh Mann. Ja. Aber es sieht glaube ich hinterher richtig cool aus. Allein weil es so technisch ist. Es gibt ja Dinge, die sind cool, weil komisch. Ja. Solche Sachen soll es dann geben. Ja. Gibt es. So. Auf ein neues. Wo hängt das denn jetzt? Ist es immer noch nicht weit genug? Ach. An dem Fifi da. Verdammt. Haha. Dann muss ich ja wirklich hier oben. Ja. Dann muss ich es oben machen. Okay. Okay. Dann muss ich es oben drauf machen. Was natürlich nicht. Oh nein. Was natürlich nicht der. Ah. Das war jetzt doof. Das war jetzt richtig doof. Ähm. 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 Nein. So. Was hast du getan, Docke? Okay. Okay. Dann nochmal zurück zum Metall. Ähm. 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 Das sieht scheiße aus. Allerdings, bei mir sieht so viel so scheiße aus. So viel so scheiße. Ist das cool rüber? Ich weiß nicht. Das sieht aus wie ein Gefängnis. Ich muss erst mal ausprobieren, ob das jetzt hier funktioniert. So, wir sind bei 16 Minuten. Ich muss erst mal noch hier. Die sind oft langsam. Alles klar. Das ist schon mal cool. Ja, es werden zwei Motoren bei mir. Es werden zwei Motoren. Ja, reichen zwei, oder? Ja, bei mir reichen zwei. Ich habe nur zwei angetriebene Achsen. So. Ich habe nur zwei angetriebene Achsen. Ich meine, bei dem kurzen Radstand ist alles, was schneller ist, geht ja sowieso nicht. Das kippt ja nach hinten einfach. Oh. Das geht ja gar nicht. Oh, warte noch. Ah, nix. So. Und. So, alles klar. Dann. Nein, es flinkt noch in die falsche Richtung. Ich breche ab. So. Ne, du warst richtig rum. Du warst nicht richtig rum. Du warst, warum? Ja. Oh, da fehlt eine Verbindung. Er ist scheiße. Nein, da fehlt eine ganze Verbindung. Nein. Ne, so will ich das nicht. Das ist doof. Oh. Oh nein. Oh doch. Das war jetzt selten dämlich. Was hast du denn jetzt schon wieder getan? Ich hab, der Wocke hat's kaputt gemacht. Das Spiel magst du, oder? Das Spiel hasst mich. Nein, nein, das Spiel Wocke hat's kaputt gemacht. Ach so. Nein, das ist kein Spiel. Das ist leider bitterer Ernst. Ja, ja. Komm hier. Irgendwann hier. Rumkugeln. So. Was? Rumkugeln? Rumkugeln. Mein Auto kugelt sich rum. Und findet sich toll dabei. So. Und findet sich toll dabei. Ja, ja. Oh. Pussi, Alter. So. Jetzt nochmal. Du. Da dran. Einer hat es hier. Los. Da dran. Der Geschnürschuh. Was? Schnürschuh? Kollege. Schnürschuh. Kollege. Schnürschuh. Was kann der denn dafür? Weiß nicht. Ich komm da nicht raus. So. 19 Minuten. Die letzte Minute ist angebrochen. Bist du soweit? Weiß es noch nicht. Okay. Meine Motoren sind ein bisschen langsam eingestellt. Warum? Ich hab die doch voller Leistung hier. Hallo. Unglaublich. Oh. Okay. 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 Ich häng des. So. Das ist zu schnell. Okay. hey alter hat mich ja so das war jetzt taktisch unklug aber von mir aus so ich brauche dass das kann raus so sagt mir bescheid wenn du bereit bist ne noch nicht ganz mach dir keinen stress so lange mache ich mein auto hübsch mach mal ein auto ich höre deine elektromotoren so rum ja ich habe eine kleine testfahrt gemacht die sollte ich vielleicht auch mal machen bevor ich hier groß rumtöne wolltest du tatsächlich sehr sinnvoll aber ich bin meiner sache so sicher gleich geht alles in die hose kürt ist bei dir wacke wenn wir schon so ein bisschen ruckeln 15 frames haben wir in der üblichen farben dunkelblau und leuchtendgrün geh ab was da wollte ein teil halt nicht abgehen dachte ich so nö blödes teil ja so was von hier zack ich bin gespannt ob meins funktioniert ich wäre jetzt soweit ich darf nicht bremsen das heißt es ach so der klassiker alles ist super nur bremsen geht nicht bremsen geht er ich darf es noch nicht sagen wir so ok muss mich ausrollen lassen was bei elektromotoren ja nicht funktioniert wie wir alle wissen ja wenn du gas wegnimmst bleibt es sofort stehen das ist gut geht so so ich ja ich werde so weit ich auch ich auch hallo wacke ich war nur ein pferd in meinem auto nicht warum hast du ihm ein dach gebaut es ist oben viel zu schwer es wird nach hinten kippen wacke du weißt doch dass du noch auf dem kopf fahren musst nicht ja ist das geil oder das ist geil herrlich siehst du das das meine ich also vorwärts fahren geht ganz gut deswegen habe ich nur heckantrieb ich habe vorderantrieb ja ok das ist ja brutal diesmal drückst du auf den knopf ja das sieht lustig aus bei dir ok ich drücke auf den knopf wacke ein bisschen ja ja 20 frames ist ok so oh mann ey das sieht so bescheuert aus bei dir meint sieht aber auch nicht besser aus aber ich wollte gerade sagen dann sieht aus wie so ein fahrender schuhkarton irgendwie game show musik ah komm hier die spannung steigt wir müssen das auch mal ändern irgendwie das ist ja obwohl die je nachdem wie kompliziert die gefährte sind braucht man das vielleicht wir brauchen trommelwirbel bitte ja irgendwie muss ich muss mal arbeiten an so einem jingle oder so ein spieler oh es geht los oh 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 drei zwei eins eins los oh oh wie geil ich hüpfe ey warum werde ich denn jetzt schon wieder hier weggezogen nein oh gott es ist oh es ist nicht fahrbar es ist viel zu schnell und viel zu leicht ich hätte es schwerer machen sollen ja meins ist ja auch schon viel zu leicht denn dabei besteht es schon aus metall und ich bin zu tief ich schrubfe mit dem kopf auf der erde rum ok irgendwas stimmt hier bei mir nicht warum wundert mich das nicht nein das meine ich nicht ich werde die ganze zeit zur fahrbahn nee hä was ist denn da los nein nein oh nein so was bescheuertes nein 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 jetzt habe ich nein oh gott ja irgendwas stimmt hier nicht was ist mit meinen rädern los warum was ist mit deinen rädern ich weiß es ja eben nicht die drehen sich nicht also ich bin auch nicht die hinteren drehen sich komisch das heißt ich habe die ganze zeit das eine dreht sich vorwärts das andere rückwärts nee eben ja nicht die hinten sind sie lose die haben hinten keinen antrieb achso das heißt die müssen sich dann ja theoretisch doch ganz normal drehen oder theoretisch ja aber eins ist blockiert ich werde die ganze zeit nach links gezogen hast du die scheibe vergessen vielleicht nee wenn du das das binding tool verbindungstool nimmst dann siehst du das es ist zu schnell mein auto ist zu schnell das ist so eine kacke weil gerade eben hat es ja noch funktioniert als ich es ausprobiert habe wieso denn jetzt nicht mehr ich kann nicht mal lenken ich werde die ganze zeit links das ist nee das ist doof das müssen wir nochmal wiederholen okay es hat ja gerade eben funktioniert das ist doof das ist ein scheiß auto aber ich bin auch noch nicht im ziel ich bin ja das ist mir egal ich laufe jetzt zum start zurück jetzt erst im ziel ich schmeiße das auto in die ecke und heule ja also ich muss auch nochmal was machen das geht so nicht hier mit meiner karre das ist funktioniert nicht das ist zu schnell und ich hänge im zaun fest arg ausrasten ausrasten alles zerstören einrasten ausrasten aber du weißt doch wer rastet der rostet ja ja oh nein wieso tut es das denn guck mal jetzt 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 funktioniert es wieder halbwegs jetzt funktioniert es wieder nicht warum nein was oh ein Hubschrauber hört man den ja er ist gerade direkt über die Wohnung entlang geflogen du okay nein vielleicht sucht er mich ja es ist viel zu schnell es ist eine es ist eine das sage ich jetzt nicht was was ist eine der Hubschrauber oder der Auto nee mein Auto ja das ist so eine Karre eine Biatch eine beschissene Scheiße Mann verschwinde ich nehme hier ein Let's Play auf hau ab der Helikopter achso der Helikopter ja so ist gut also das Rennen müssen wir nochmal machen ja gut dann machen wir das Rennen nochmal ich komme ins Ziel gefahren sehr langsam ja dann wird es davon von diesem Rennen wird es dann noch eine Folge geben nein pass auf machen wir wieder ein bisschen schneller was machen wir ein bisschen schneller hier meine Motoren so dann komme ich auch schneller ins Ziel das ist der totale Rotz hier bei mir so wieso funktioniert das nicht verstehe es einfach wenn es einmal rollt ist gut dann fährt es auch echt gut deine Karre ja sehe ich da hinten so ein bisschen drum zu können so bescheuert aus bei dir bitte das sieht so bescheuert aus bei dir warum ja weiß nicht so ja dann mach mal hier dein Auto dass das wieder funktioniert was ist da los ja ich weiß nicht was da los ist ich auch ich würde sagen wie lange nehmen wir schon auf lange genug wir nehmen schon eine halbe Stunde auf ja siehste ja und ja dann würde ich sagen nächste Folge wie nächste Folge was jetzt wie ja ja hier ach so in der nächsten Folge das neue Rennen mit modifizierten Autos okay gut alles klar dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge wenn es heißt Ismond Wocke versuchen irgendwas zu bauen was gut bis dahin tschüss tschüss bis jetzt so k Untertitelung des ZDF, 2020